Edward Swanson ist ein erfahrener Cutter von Kunstfilmen. Ich liebe dich auch. Sehr schön. Ich bin Sam Campbell. Willkommen in unserem Team. Setzen Sie sich. Also, das ist die Gewalt- und Horrorabteilung. Ein gewaltiger Anschlag auf sämtliche Sinne. Schatz, ich tue es für einen guten Zweck. Makaber. Geschmacklos schaurig. Jetzt geben Sie mir den Film und verschwinden Sie von hier! Komm schon und schick mich zur Hölle! Edward verwandelt sich in Ed, den bösen, schlimmen Ed. Jetzt ist es Zeit zu sterben! Bitterböse. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Gebt ihm 10 Kubik. Horror at its best. Wo ist das Problem? Ruhe in Fetzen. Motherfucker. Evil Ed. Das war's. Gut. Und zwar. Johann Ecier. Torsten 선생님. Ach so. Wie sie